Erster Schritt, schäl die Banane. Zweiter Schritt, stülp die Schale über deinen kleinen Johnny und fang an zu rubbeln. Wenn's besonders gut sein soll, wärmt man die Schale in der Mikrowelle vor. Nicht zu heiß, das tut richtig weh. Außerdem kannst du Olivenöl, Hautcreme, Honigspucke, Butter, Hairconditioner und Vaseline als Gleitmittel benutzen. Ich finde ja das beste Gleitmittel ist Schmieröl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 for a round of applause Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020